So, da bin ich wieder. Wir arbeiten an unserem Crafter. Jetzt brauchen wir mal Redstone. Okay. Bauen wir dich. Bauen wir dich nochmal. Eigentlich bräuchten wir dich noch einmal. Und das Redstone, das reicht gerade noch so. Aber das Holz, das reicht nicht. Oh, das Holz reicht gar nicht. Aber wir haben hier noch, nehmen wir noch ein ganzes Holz mit. Und tun euch, äh, was wir machen, erstmal damit alles in eine Kiste fließt, automatisch. Wäre auf jeden Fall richtig nice. Und zwar, ich hätte das gerne, ich bin ja auch schlau, ich renne gleich mit dem, mit der Crafting-Benz nach unten. Ich baue dich. Ich baue dich. Hab dich schon mal. So. Dann würde ich sagen, äh, man bekommt Aluminium raus. Dich. Tin. Silber. Dann sonst, was bekommt man denn auch aus Moonrock? Ich würde das noch irgendwo hätte. Da, noch einen Stack habe ich. Oh, man bekommt daraus Broken Iron, Aluminium, Broken Copper. Nochmal, wird's? Äh, hier. Man bekommt Broken Copper, Broken Aluminium und Broken Iron. Broken Copper. Und euch zwei tue ich da wieder rein. Das heißt, für drei Stück. Das gibt mir für acht Rezepte. Okay. Äh, wir brauchen erstmal ein Gerät, das alles abpumpt. Ich würde sagen, deswegen zerstöre ich jetzt mal die Konstruktion hier. Äh, so. Oh, ich hab gleich einen Stack bekommen. Egal. Das Ding hat sich ein bisschen gefüllt und wird sich auch weiterhin füllen. Äh, du hast Sonne sogar. Warte, das heißt, das Ding ist die ganze Zeit gefüllt. Ah ja, stimmt sogar. Und das heißt, du bist auch gefüllt. Ja, nice. Ist auf jeden Fall richtig geil. Ähm, dann brauchen wir Ich bin, ey, ich hab's echt nicht vorgeplant, aber ich versuch's einfach mal. Fackeln. Und dann, ich versuch's kompakt zu halten. Dich. Äh, brauchen wir eigentlich dann schon Dich. Ach, nee, du brauchst Strom, oder? Äh, warten wir, wie funktionierst du denn? Brauchst du auch diese Aluminium Wire, oder wie? Welchen Strom brauchst du denn? Ähm, irgendwo habe ich da noch sechs Stück. Versuche ich's einfach mal. Ich hab mir der Hoffnung, dass es klappt. Und zwar, wenn ich Dich, Dich, Und zwar, wenn ich Dich, 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 Dich anschließe, Ähm, wenn ich Dich, Dich, Dich anschließe, solltest du Strom bekommen. Du bekommst Strom. 500.000 500.000 Strom. Okay, Rezept Nr. 1. Äh, Warte mal, zeig mal her. Da blicke ich grad nicht. Wie funktionierst du? Ah. Hä? Äh, wie funktioniert denn der Craft? Keep, keep on item every. Ah, hier. Dann, nicht broken Aluminium, broken Iron. Und dann noch Oh, ich 3 Watt EU. Ah, ja, Aluminium auch. Okay, Aluminium. Aluminium wäre dann so. Äh, Äh, apply. Äh, Into a put to set of ground. Set of a put buffer. Äh, und dann würde das Ding einfach mal das Zeug von da raussaugen, quasi. Aber nicht alles. Was ist denn da? Warte, was kommt halt noch so raus? Weil da kommt ja alles raus, quasi. Und das Ding. Hm, halt nicht alles. Vielleicht pack dich mal da hin. Und dann von da. Äh, jetzt brauch ich nochmal so ein Ding. Mann, nun. Ich muss jetzt schauen, wie ich das mache, weil das wird richtig, äh, teuer werden. Würde ich sogar sagen. Äh, ich brauche jetzt wieder eine Transfer Note. Äh, ich brauche davon, ich brauche vier Trends. Warte. Deswegen soll mir doch 57%. Uh, Uh, bald kann ich mir vier Trends von aus herstellen. Das wäre richtig nice. Also, das wird mir sehr viel helfen. Sehr. Äh, Trends von Note. Ich brauche, ähm, Mann. Jetzt habe ich ja jetzt habe ich die ganzen Ressourcen nicht. Ich weiß halt auch nicht, ob es funktioniert, aber es sollte hoffentlich. Es wäre zumindest geil, wenn es funktionieren würde. Ich brauche, weißt du was, äh, ich mache das ja nur aus dem Einem. Das heißt, ich kann dieses Ding hier, kann ich eigentlich nehmen. Ah, das Ding hat sowieso gerade Energie. Äh, da wird alles mitgenommen. Hier, so, da wird es jetzt angesammelt. Und dann würde ich es, habe ich, ja, da, Trends von Note. Äh, einmal, äh, zack, und dann brauche ich einen Ofen. Der eigentlich Auto, und es braucht, hm. Ich brauche einen Ofen. Okay, erst mal einen Ofen. Dann brauche ich Kobbel. Kobbel habe ich genug. Zum Glück, also zum Glück habe ich keine Kobbelprobleme mehr. Möchte ich. Äh, packt den Ofen, dann... Ich meine Stackkohle wird erst mal reichen. Ein Stackkohle. Der wird das, äh, dann, äh, schmelzen. Und dann wird mir das ganze Zeug, ähm... Äh, 4, ähm... Äh, 4, ähm... Äh, 4, ähm... Äh, warte mal, dann bräuchte ich halt... Eins von dir. Und sagen, äh, dich, äh, so ein Ding soll er mitnehmen. Da rein. Transfer note. Ach, das Ding weiß gar nicht, was es transferieren soll. Ähm, wenn ich es mal wüsste... Oder war das so? Keep. Ja, man, das klappt irgendwie nicht. Ich hatte eigentlich vor, irgendwie, dass das Ding, das eines da reinpumpt. Ha, sollte ich auf jeden Fall dann irgendwie ausprobieren, aber so gefällt es mir noch nicht. Das Ding kommt alles da rein. Ähm, ich kann es aber nicht auch selber durchschmelzen. Das Ding muss ich mir nur irgendwie irgendwo reinpumpen. Beispiel. Auf jeden Fall nicht hier. Auf jeden Fall nicht da. Äh, sondern... Obwohl... Warte, ich nehme nicht mal mit. Äh, und soll ich dich abbauen. Und dir dann sage, ja, äh, pumpen, pumpen alles Zeug. Äh, dann nach... Oben. Ähm, dann bräuchte ich halt noch eine Transferpipe. Würde ich sagen... Mann, irgendwie eine Kiste brauche ich halt auch noch. Eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste. Irgendwie klappt gar nichts. Also, die ist irgendwie eine recht unproduktive Folge, auch wenn wir irgendwas schaffen wollten. Mann, dann, wenn man sich mit dem Motz nicht so auskennt, ist das doof. So, und das Ding pumpt mir das alles in dieser Kiste. Hoffentlich. Ähm, und um das zu testen, habe ich irgendwo vielleicht noch... Kopper... Ah, ne, das Ding weiß natürlich nicht, was es pumpen soll. Oder... Oder... Oder bin ich gerade doof? Erstmal schauen, da unten ist nichts. So, okay. Ich tue da mal das Holz rein. Du hast das, du hast das. Äh, kann ich irgendwie so einstellen, ja, pumpt das da. Nee. Das Ding zieht, wenn ich da immer so eins davon, eins davon und eins davon reinleg, würde das Ding dann irgendwie pumpen. Hier, da ist jetzt, broken copper. Äh, den, open manual, so, ja, 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 ja. Ähm, block protector, äh, Apple. Mhm, ist alles irgendwie... Und ich habe gleich keine Luft mehr. Ich bin auch gar nicht spät oder so, nee. 40 Stück Ohr, 40 Luft. Ähm, du hast das jetzt. Was ist denn das? Achso, all... Warte mal, int. Intuper... Äh, int, 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 int. So, es ist int, so. Wie wird es jetzt da rausgepumpt? Also, ich nehme das mal von allem alles weg. 1, 1, 1, so. Die hätte ich gern da oben. Kopp war, ext, int, 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 int. Okay, ich mache mal ext, und... All, 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 oh, 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 warte. Ext, ext, so. Wie wird es sich hier rausgepumpt? Sag es mir. Man. Ähm, speed-mode ignored. Ähm, speed-mode ignored. Ähm, was ist denn das? Was kommt hier rein? Das wäre echt geil zu wissen, irgendwie. Aber deswegen willst du mir nicht sagen. Wir haben ja irgendeine Quest zufällig erfüllt. Nee, haben wir nicht. Ja, gut, das war eine... Oh, no oxygen. Das war eine eher unproduktive Folge. Würde ich sagen, also, jetzt ehrlich. Wir haben unser Bestes gegeben, haben aber irgendwie nichts geschafft. Ist aber irgendwie auch... Meine Tastatur spinnt ein bisschen. So. Hä? Ich weiß nicht, irgendwas stunden mit meiner Tastatur in letzter Zeit nicht. Ich muss schauen, was da so abgeht. Ich kann sagen, dass ich mal kurz... Ähm... Ich muss rausziehen, muss wieder reinstecken. Vielleicht geht es dann so. So wird auf jeden Fall wieder so halbwegs funktionieren. Ich habe irgendwie... No energy. Äh, warum... Es ist nacht, oder? Es ist nacht. Und deswegen... Achso, ich glaube, ich habe zu viele Maschinen an. Ähm... Es gibt irgendwie noch... Ähm... Batteriebox oder so. Was haben wir da unten für ein Gerät stehen, das die ganze Energie speichert, weil davon hätten wir ein paar mehr. Energy-Storage-Modul. So. Wenn ich mir so ein Ding baue, Energy-Storage-Modul. Äh, was kostest du? Kompress-Steel. Okay, ist möglich. Und... Oh... Ist möglich. Ähm... Muss ich mir so ein Ding dann in Zukunft bauen und dann, ähm... Einfach ganz viele... Neben diesem Teil platzieren und das Ding wird sie alle füllen und sonstige. Ja, auf jeden Fall eine gute Idee. Und ich beende auch mal den Part, weil der Part sonst etwas schon zu lang ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Snow White. Ciao. Oh...